Ich bin sehr erfreut über das Jahr zum Kauf von weiteren Liegenschaften. Mit diesem Jahr können wir in der besten Lage in der Lengasse Grund- und Boden sichern. Es ist für mich ein klares Jahr zur aktiven städtischen Wohn- und Bodenpolitik und damit ein Nein zu Spekulationen und überhetzten Immobilienpreisen. Der Schweizerische Nationalfonds wird noch zwei bis drei Jahre die Liegenschaften brauchen. Es gibt uns genügend Zeit im Detail zu klären, was wir dort oben für Nutzungen wollen in Zukunft. Ich denke an Schulraum, ich denke vor allem aber auch an Wohnen.